Moin, sind ihr Fuchsaut raus und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind gerade dabei, ein bisschen Herzteile zu jagen, also eins kriegen wir nämlich mindestens noch voll. Und ich habe derweil gerade mal meine Map, wo ich mir das so alles schön aufgeschrieben habe, wo ich welche Herzteile soweit finde, gespiegelt, weil ich dösiger Mensch erst jetzt gecheckt habe, dass das die Map der Wii-Version ist. Und die ist ja einmal genau spiegelverkehrt zu unserer Version. Was das Suchen dieser Herzeit doch etwas verkompliziert hat, aber jetzt sollten wir es finden. Also hier entlang soll irgendwo ein großer Felsbrocken sein, den wir umballern können. Aber ich muss sagen, wenn die jetzt nicht so werden, weil sie dieses Ding meinen, was wirklich verdammt richtig ist, das kann es ja nicht sein. Dann vielleicht den hier, vielleicht ist der hier gemeint. Ich glaube der ist gemeint, das werden wir jetzt ausprobieren. Das sieht doch schon so aus, als könnte man es auch kaputt, kaputt sprengen, ja. Also, felsbrock, sprengen einen großen Felsbrock. Also einmal zurück verwandeln, zack, dann sprengen wir jetzt mal dieses Ding. Ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert. So Link, gib alles. Jawoll, siehst du, dann können wir nämlich hier hochklettern. Und von hier aus kommen wir dann rüber. Da ist ja auch die besagte Ranke. Na also, das sieht doch gut aus. Okay. Wow, das war aber knapp, du. Oh je. Okay, so, dann da einmal hoch. Einfach hoch da, einfach hoch da. Dann müssen wir hier rüber. Oh je, okay, dann können wir hier. Dafür brauchen wir nämlich jetzt Bombenpfeile, sonst wird das nämlich nichts. Ähm, wie machen wir das? So. Achso, haben wir schon, okay. Dann brauchen wir da nämlich einmal die Bombenpfeile. Da wäre man nämlich jetzt, oh, ohne Pfeile nicht hingekommen. Okay, alles klar, dann können wir jetzt hier hochklettern, alles klar. So. Und dann, vorsichtig, üppala, hier lang. Und da unten ist dann die Truhe. Können wir da uns einfach nach unten begeben, ohne zu sterben? Hoppala, sieht so aus. Zack. Herzteil geht raus. Herzteil geht raus. Du erhältst ein Herzteil. Alles klar. Das war das. Jetzt muss ich gucken, was habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, jetzt sind wir schon mal ganz Zahlen. Spiegelverkehr, toll. Herzteil 16 sollte auch noch möglich sein. Dann lass uns doch mal gucken. Seeschrein haben wir ja soweit alles gemacht. Hüliasee auch. Ne, da ist noch ein. Südlich der Statue am Hüliasee liegt eine Höhle. Das haben wir gemacht. Das war diese Riesenhöhle. 17 Eldinbrücke. Im Norden der Eldinbrücke hakele ich mit dem Greifhaken an einem Sims an einer westlichen Felswand fest. Heißt, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist die 17. Und da sind wir schon dran vorbeigelaufen. Da habe ich auch schon mal drauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwas ist. Aber gut. Jetzt müssen wir gucken. Wir schauen mal, ob wir uns dahin teleportieren können. Wobei wir sind eigentlich schon richtig. Nur lediglich auf der falschen Seite. Und die Brücke ist ja noch kaputt, wenn ich mich recht entsinne. Lass uns mal schauen. Aber die müsste ja noch defekt sein. Das macht aber nichts, weil genau dort ist ein Teleporter. Da können wir uns nämlich einfach hin teleportieren. Also einmal bitte die Portale anzeigen. Ne, da ist doch keins. Hm. Wir müssen nämlich hier auf die andere Seite. Da müssen wir hin. Gut, man könnte im Notfall hier rüber gehen. Aber ich versuche erstmal... Guck mal, wie das aussieht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, hier sind momentan alle Brücken defekt. Aber egal. Guck mal, da stehen sie schon wieder und warten auf uns. Hallo. Keine Zeit für euch. Moin. Oh, shit. Eigentlich wollte ich den machen. Na komm. Das funktioniert so nicht. Geht weg. Ihr seid mir zu nervig. Abhauen. Abhauen. Als Wolf ist das nicht so gut, muss ich gestehen. Da wäre jetzt unser Epona und ein Schwertwärm dann doch lieber. Endlich ist es wieder Tag. So, nichts wie hoch, da. Was sagt ihr, die Brücke? Die sieht leicht, leicht kaputt aus. Aber das geht ja noch. Quasi fast, ne? Könnt ihr jetzt mal aufhören, mich zu verfolgen hier? Oh, scheiße. Okay. 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 So, warte. Dann... Bitte den normalen Bogen einmal. Und wir brauchen, wir brauchen einmal den, den hier. So. Jetzt holen wir uns erstmal das glitzernde Insektchen da oben. Das war nicht das, was ich wollte. Schade. Schade. Bitte nochmal. Nee. Das wollte ich, genau. Gespensterschrecke. Na also, es geht voran. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da rüber? Ich muss auf die andere Seite. Also so kommen wir da nicht rüber. Heißt, ähm, njam, njam, njam. Müssen wir mal auf der Map gucken. Ist das auch der Ort? Ja, das ist der Ort. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Also, einmal teleportieren. Gegners werden erstmal konsequent ignoriert. Die gehen einem eh nur auf den Sack. Dann müssen wir am besten, um da hinzukommen... Was nehmen wir denn da? Was haben wir da? Flussoberlauf. Ja gut, da würden wir... Nee, dann kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen. Im Grunde bleibt nur... Ja, da gehen wir am schlauesten wirklich von hier aus einfach weiter. Das ist so ziemlich das Beste, was wir machen können. Dann hier einmal lang über den Dödelweg da und dann sind wir da. Mit Reiten geht das relativ schnell. Mach mal ein... Lass mich mal warpen hier. Wird dringend Zeit, dass wir die Brücken wieder repariert kriegen. Das ist ja nur lästig hier, ne? Oh, da ist auch noch unser Pferdchen. Perfekt. So, Epona. Beziehungsweise hier ist es ja Takiro. Wir legen los, wir legen los. Wir müssen... Gibt man alles, du. Wir haben es wirklich eilig. Dö, 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 dö. So. Ist das nicht schön muggelig hier? Ich habe es endlich geschafft nach... Ich weiß nicht, ich habe so einen BenQ Gaming Monitor. Zwei Stück davon. Den einen habe ich jetzt schon seit drei Jahren. Und der war zwar immer sehr angenehm für die Augen, aber die Farben sahen immer so komisch aus. Das Gelb war halt kein wirkliches Gelb. Das war eher so ein Durchfallgrün, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, man hat sich dann irgendwann daran gewöhnt. Da habe ich mir mal einen zweiten geholt. Den neben dran gestellt. Und dann hat man ja dann direkt einen Vergleich. Das, so sollen Farben aussehen. So sieht das gut aus, ne? Und nach, ja, ich weiß nicht. Dann habe ich es ein paar Mal immer versucht, an dem anderen Monitor das hinzukriegen, dass das gut aussieht. Weil ich habe es auch bei der Aufnahme immer gesehen. Twilight Princess auf meinem normalen Monitor, der so merkwürdig eingestellt ist. Farbe ganz seltsam. Das Gras sieht gar nicht mit dem Grün aus. Parallel läuft die Aufnahme. Alles 100%ig. Sieht total geil aus. Irgendwas läuft hier nicht. Dann habe ich es mehrmals versucht irgendwie hinzukriegen. Habe es aber nicht geschafft. Und dann, nach nun vier Jahren, ist es mir gelungen, herauszufinden, was man da machen muss. Und zwar ist ein merkwürdiger, seltsamer Modus an das Profil des Molitos gewesen. Jetzt habe ich das rausgenommen und es sieht alles so wunderschön bunt aus. Das könnt ihr natürlich nicht ähnlich empfinden wie ich, weil ihr das nicht seht. Aber für mich sieht die Welt auf einmal wesentlich harmfroher und schöner aus. Uh, lass mich mal in Ruhe hier. Was ist da denn los? So. Viel zu viele Gegner. Müsste nicht eigentlich direkt hier auch noch ein Teleporter sein? Habe ich hier vielleicht... Ah, deswegen nehme ich nicht. Siehste. Ich wusste doch, dass da eigentlich einer sein muss. Oh, abstimmen. Oh. Warte, warte. Ich muss mich gerade kratzen. Oh je, warte. Habe ich gerade in Panik einfach gedrückt, oder? So. Warte, warte, warte. Wolf. Wolf, Wolf. So. Okay, let's do this. Let's do this. Man kann die auch als Mensch besiegen. Gar kein Problem. Aber jetzt, wo wir der Wolf sind, ist es natürlich easier. Da macht man das natürlich auch. Ja. Viel einfacher. Viel leichter. Warum sollte man sich da umsonst quälen, ne? So. Dann lass uns mal gucken, was wir hier machen müssen. Okay. Hake dich mit einem Greifhaken in einem Sims an einer westlichen Felswand fest. Gut, das wäre jetzt hier nicht mehr westen. Da ist nämlich der Sims. Das ist also genau spiegelverkehrt. Okay. There we go. Also, zurück verwandeln. Oh. Ich bin ja lieber ein Wolf, ne? Ist ja einfach so. Dann brauchen wir den. Haken uns da an dieser Wand fest. Loslassen. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Ich denke, wir brauchen heute nicht nachlesen. Das kriege ich nämlich so hin. Jetzt brauchen wir schon wieder den Boomerang. Da, 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 da. Holen wir uns gleich mal hier das nächste Insekt. Das ist die passende andere Schrecke hier. Männlich. Hallo. So. Okay. Warte geht's dann. Rein in das da. Ich hoffe, wir sollen da rein. Okay. Ich hoffe, das ist das. Aber das wird schon passen. Irgendwas Tolles wird hier schon drin sein. Ich bin ganz zuversichtlich. Also. Okay. Oh je. Ist da nicht was los? Hi. Vorbei die Zeiten, wo man. Ach guck dich das an. Wir müssen da wahrscheinlich runterspringen. Ja. Das hat ganz den Anschein. Runterspringen und die Schuhe anziehen. Alles klar. Schüchen. Wo seid ihr? Da. Okay. Und springen und Schuhe anziehen. So weit, so gut. Schuhe wieder ausziehen. Töten, was auch immer da ankommt. Und mich töten will. Na, Alter. Warte geht's. Hat so leichte Feuertempel-Allüren da. Koronemien. Allüren. So heißt das ja hier. Koronemien. Hallo. Ich bin nur zu Besuch. Ich bin auch gleich wieder weg. Ich wollte euch nur das Herz dann entreißen und dann nicht auch wieder gucken. Dann könnt ihr auch wieder machen, was ihr wollt. Bups. 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 So, okay. Weiter, weiter, weiter. Moin. Nochmal. Okay, wir müssen das gleiche nochmal machen. Steal this. Das ist auf jeden Fall cooler, diese Rätsel, als als zum Beispiel bei Ocarina of Time. Da ist meistens, um ein Herz an ein Herz heranzukommen, ist wirklich nicht allzu kompliziert. Nochmal. Ja, tatsache. Nochmal. Okay. Oh, das ist schon. So. Eben noch das Vieh kaputt machen. Einen. Ich habe mich auch kaputt. So. Ganz vorsichtig. Die Lava sieht nicht so einladend aus. Die sollten wir dich unbedingt berühren. Da, 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 du hältst dein Herz teil. Sammle noch zwei weitere. Ich glaube, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Und ich denke, dann machen wir auch erstmal weiter. Ich muss gucken, so viel waren es eh jetzt gerade nicht. Äh. Ich bin dann einmal gerade noch diese Dinger anzünden, weil es ist immer verdächtig. Immer sehr verdächtig, wenn einfach Fackeln irgendwo rumstehen, die nicht brennen. Ne, sag ich doch. Es ist immer höchst verdächtig. So, dann bitte einmal das noch öffnen. Da ist bestimmt Stempel drin. Jawohl. Du hättest dir gedacht, du hast den Stempel Herz teil erhalten. Deinen Stempel kannst du im Ausrüstungsbildschirm ansehen. Das ist schön. Das ist schön. So, dann lass uns mal hier wieder raus. Gibt es denn hier so? Ja, genau. Da gibt es einen Schworker nach draußen. Alles klar. Haben wir das auch schon. Ja, dann sehe ich jetzt eigentlich nur noch eins. Und das nächste führt uns schon zum nächsten Gebiet, wo wir als nächstes eigentlich hin müssen. Das ist ja, also man kann auch das mit dem, ähm, gucken. Ich muss, nee. Also wir könnten noch theoretisch das holen, wo wir mit den Hühnchen auf der Plattform oben landen müssen. Aber das ist so ein Minispiel, wo Kohle kostet. Wie komme ich denn hier weg? Das muss erstmal nicht unbedingt sein. Nein, vor allen Dingen, weil ich ja gerade erstmal primär das Ziel habe, zu spenden in Kakuriko, damit die Brücke wieder funktioniert. Das gibt übrigens auch einen Handstyle. Das sind aber tausend Spenden. Wir gehen auch gleich mal hin und spenden nochmal zwischen, ähm, bevor wir uns dann erstmal wieder dem Mainplot widmen. Wobei wir können noch eine okkulte Kunst holen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss gleich mal auf die Map gucken. So. Kann ich jetzt einfach da rüberspringen? Oder ist das zu weit? Ich denke mal, wir müssen einfach rüber. Okay, let's do this. Wuhuuu. Ja, das funktioniert. War gar nicht so schlimm. Sah schlimmer aus, als es ist, ne? So. Okay. Ähm. Einmal in Wolf verwandeln. Dann geht's ab nach Kakuriko. Da spenden wir jetzt erstmal. So. Wo ist denn das gute Kakuriko? Müsste das nicht hier unten seitlich irgendwo sein? Müsste das nicht hier unten sein? Nee. Ich muss erstmal die Portale einblenden. Das wär schlau. Kakuriko Tal. Kakuriko. Ja, Kakuriko, bitte. Ja, einmal warpen. Oh, ist das schön, dass wir warpen können, oder? Das Leben ist doch so viel einfacher geworden, seitdem wir uns einfach von A nach B warpen können und nicht mehr, äh, durch die Gegend eiern müssen. Wieso bescheuert? Ich bin jetzt so viel geritten. So viel geritten bin ich. So. Okay, dann wären wir auch hier. Was machen eigentlich die Dorfbewohner, wenn ich jetzt hier so als Wolf rumlaufe? Drehen die da durch? Waaah! Monster! Nichts viel weg hier! Oh. Ja, okay. Das funktioniert nicht. Alles klar. Das haben die ja schlau gemacht. Das heißt, wir gehen einmal kurz raus und wieder rein. Ich hoffe, dann haben die sich beruhigt und sind wieder da. Weil ich bräuchte jetzt doch die Geschäfte. Sonst können wir nicht spenden. So. Einmal raus. Und einmal wieder rein. Dup, 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 dada, dada, dada. Na komm, Link. So. Okay, jetzt müssen wir gucken. Normalerweise müssten wir jetzt hier eigentlich spenden können bei dem Laden von unserem kleinen Kollegen. Wen haben wir denn hier? Hallo. Samsala, Damsala, Bamsala, Ramsala. Ich würde sagen, weniger trinken. Hey, hey, hey. Mir war schon lange klar, dass du hierher kommen würdest. Hast du eigentlich nicht bemerkt, dass in Hyrule Stadt eine von meinen kleinen Probleme hat? Er kann kein Quellwasser einkaufen und weiß weder ein noch aus. Wenn die Brücke im Osten der Stadt nicht repariert wird. Beim Maro-Markt wird gerade eine Sammlung für die Reparatur der Brücke durchgeführt. Wenn du helfen willst, mach doch auch eine kleine Spende. Na, also, jetzt dürfen wir auch spenden. Dann mal ein Toe, gleich mal ein 803 knolzen, so viel soll wohl gehen. Boah, bist du der Spendenmann oder was? Süß siehst du aus. Willkommen im Maro-Markt! Die Leute sagen, einer der Läden in Hyrule Stadt betreibt Wucher und die Bewohner leiden darunter. Aber um den Bewohnern in ihrer Not zu helfen, haben wir das Team vom Maro-Markt einen Rettungsplan erstellt. Nun, zunächst müssen wir die zerstörte Brücke vom Ostteil der Stadt zur Ebene reparieren, um den Transport sicherzustellen. Und dann werden wir den Laden in Hyrule Stadt kaufen und die Waren billiger anbieten. Aber wir haben ein Problem. Unser Kapital für die Eröffnung des neuen Ladens reicht leider nicht ganz aus. Leiste auch du einen Beitrag zum Unterstützungsfonds für den Laden in Hyrule Stadt. Ist doch für die armen Leute dort. Ja, lass mich mal machen. Wo ist denn die Box? Kann ich erst einfach bei dir machen? Für die Reparatur der Brücke zur Sicherung der Lieferungen nach Hyrule Stadt brauchen wir nur noch 1000 Rubine. Willst auch du einen Beitrag zum Unterstützungsfonds leisten? Ja, du kriegst jetzt erstmal von mir 700. Machen wir erstmal 600. Ein bisschen Luft ist nicht verkehrt. Noch 400 Rubine. Ja, 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 ja. Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Aber vom nächsten Tempel haben wir jetzt erstmal wieder Platz in der Börse. Das ist schon mal gut. Können wir mehr einsammeln. Das war erstmal das. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt tatsächlich auf zur nächsten Quest. Ich muss gerade mal auf die Map kommen. Irgendwo gab es auch noch... Äh, das ist nicht die Map. Hier ist mal das gleiche. Map, bitte. Wo war denn jetzt noch... Das nächste... Da ist der Wolf. Hyliasee. Wie kommt man denn da hin? Ach, das ist der Unterbereich. Haha, da kommen wir noch gar nicht hin. Das ist nämlich die Frage, ist der Wolf auf dem Hyliasee oder ist das das Ding hier unten? Wahrscheinlich ist das nämlich das hier unten. In dieser Bereich. Und um da hin zu kommen... Was ist das? War ein weißes Pünktchen? I don't know. Aber um da hin zu kommen, müssten wir erstmal die Brücke reparieren. Und dafür fehlen uns noch 400 Rubine. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Naja, wir gucken mal. Vielleicht wird das auch gleich geöffnet. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nämlich diese Brücke hier wird repariert. Hier ist irgendwas anderes los. Das müssen wir wegbomben oder so. Wir werden es gleich mal rausfinden. Wir machen uns jetzt erstmal auf zur Stadt. Warp unmöglich. Okay. Fahren mit dem Mainquest fort. Ich muss erstmal... Erstmal mich wieder... Verwandeln. Das darf ich jetzt nicht, weil die Menschen mir gerade zusehen. Alles klar. Okay. Verwandlung während Leute hier zuglotzen ist nicht gestattet. Kann ich auch irgendwie verstehen. Muss nicht unbedingt sein. Ja, okay. Dann gehen wir... Kann ich jetzt hier? Voll. Siehst du? Das läuft doch. Das läuft doch. Also, dann bitte einmal die Warp-Portale anzeigen. Wir müssen nach Hyrule-Stadt. Jo. Einmal bitte warpen. Dankeschön. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal. Ebene von Hyrule. Da, 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 da. Ja, ist doch gut, wie niedlich es immer umdreht und angepisst ist, wenn sie auf seinem Rücken so landet. Was machst du da? Warum machst du das? So, dann versuchen wir mal hier reinzugehen. Es sieht ja sehr einladend aus, muss man schon sagen. Dieses, äh, was auch immer das ist. Bisschen böse und unheilvoll, aber man, das Dorf und das Stadtleben muss weitergehen. Was sagt denn Midna? Warpen mit Midna reden. Ich hab nicht die geringste Ahnung, wo dieser Schattenspiegel sein könnte. Vielleicht finden wir einen Hinweis, wenn wir uns ein wenig in Hyrule-Stadt umsehen. Ja. Telma hat da so ein paar Infos für uns. Deswegen, das ist erstmal unser nächstes Ziel. Jo, das ist natürlich super gelaufen jetzt. Ist doch gut, wir hören dich doch alle. Wir sind doch alle ganz stolz auf dich. Also, ihr hört den Haar krehen. Und WhatsApp hört ja auch noch krehen. Er sagt, er hat keine Lust mehr. Wir müssen Pause machen. Ihr wisst ja immer, man muss auch mal kurz aufstehen, die Beine sich vertreten, damit man die Rückenschmerzen und so Krams kriegt. Also, machen wir eben fix einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen und nicht gefallen hat, lasst uns bei der Däumeline da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne in einem Video posten. Und ansonsten geht's im nächsten Button total mal. Wir gucken mal, was die gute Dame so für uns hat. Bis dahin, viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin, viel, viel Spaß beim Zocken. Das war's.